Oh 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 ho Okay 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 Warte mal warte mal Wie lang hält das? Acht Minuten, willst du mich verarschen? Wieso hält das nur acht Minuten? Das ist doch wohl ein Witz Schnee schmelzen Ich kann Schnee schmelzen? Wie kann ich Schnee sammeln? Okay kommen und wird wieder kalt okay durchgeguckt ok wir rennen freunde wir haben zwei fische gefangen aber ich bin müde alles klar wie sammeln ich schnee wie kann ich schnee sammeln ich kann schnee sammeln also ich kann schnee einschmelzen aber das heißt ich muss irgendwie schnee sammeln wie sammeln ich schnee kommt macht zu das ding ok wir sind müde wir sind hungrig wir sind durstig scheiße wie mache ich wasser wie sammeln ich schnee muss ich das einfach so machen oder ich muss erst mal wieder ein ein feuer machen das immer habe ich ja nur gemacht damit ich nicht ihr friere ich muss jetzt die fische brutzeln ok 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 chance dass 45 brennzeit eine stunde 30 ok komm diesmal sogar mit brennspiegel tost und jawohl gut ok so ok komm garen wie geht das mit schnee schmelzen schnee schmelzen ok ein liter schmelzen ok 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 gut 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 so zurück inventar so ich habe etwas richtig geiles zu essen gegart essen gewohle ich weiß es kämpfen ey dieはしょ jungen erläut guckt euch das an durst haben wir gar keinen mehr hunger haben wir noch ein bisschen ich würde mal sagen solange das feuer brennt sollten wir ihn hier auf den考ern garen. Ich meine, wenn wir gerade schon mal Feuer haben. Ich würde sagen, wir schmelzen noch mal ein Liter Wasser ein. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Liter auf Reserve. Ja, komm. Ein halber Liter geht noch. Ein halber Liter geht noch. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal richtig harte Wasserreserve. Noch ein halber Liter? Ja, easy. Oh, von wegen easy? Ja, geht noch. Alles klar. Schnee schmelzen, Wasser kochen. Oh, shit. Egal. Für Wasser kochen haben wir jetzt gerade keine Zeit. Wasser unsicher. Oh, shit. Habe ich eben... Zwei Liter unsicheres Wasser. Okay. Ja, okay. Gut. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Müde, hungrig. Ich würde mal sagen, wir essen noch das Ding hier. So. Okay. Ich weiß, wie ich an Essen und wie ich an Trinken komme. Das ist gut. Wir sind ziemlich fertig. Okay. Okay. Ich würde mal sagen, wir haben... Wir haben wie spät? Ich würde mal sagen, ich schlafe mal... Fünf Stunden? Soll ich mal fünf Stunden schlafen? Was ist das denn hier? Warten? Ich will schon schlafen. Ich schlafe mal fünf Stunden. Kann ich bitte Axt eigentlich auf Feuerholz holen? Oh, sie ist mitten in der Nacht. Das ist ja großartig. Das ist ja sensationell. Okay. Durstig. Wir sind durstig, ja. Das ist schön, dass wir durstig sind. Können wir irgendwie Holz hacken? Ich meine, wir haben doch einen Ball. Wir müssten uns also eigentlich selber Holz hacken können. Oder wie sehe ich das? Unsicher. Na, komm hier. Draufgeschissen. Unsicher. Unsicher ist mein zweiter Vorname. Hier hat sich echt so einiges getan, ey. Bank. Auseinandernehmen? Hm. Okay. Hammer. Hammergeil. Das ist ja hier wie in Siswo of Mine. Alter, Vater. Okay. Warte mal. Werkbank. Was kann ich denn an der Werkbank so schönes machen? Besserer Verband. Ähm. Fackeln. Das ist natürlich auch so gut. Schlinge. Oh, ja. Haken. Ähm. Ein einfacher Angelhaken. Metallschrott. Ja, Angelhaken habe ich ja noch. Äh. Eine Schnur. Angelzeug. Achso. Okay. Verstehe. Ähm. Holy shit. Ähm. Ja. Wolzpelzmantel. Das ist alles hochgradig interessant. Ich würde mal sagen... Habe ich da... Habe ich da gerade... Habe ich da gerade einen Wolf gehört? Habe ich da gerade... Ich bin gerade nicht sicher, ob ich einen Wolf gehört habe oder nicht. Aber sollte ich nachts nochmal angeln gehen? Hier ist nichts. Alter, ich sehe... Okay, das ist... Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die ich jemals hatte. Verdammt. Ich muss aber angeln. Aber ich sehe nichts. Shit, ey. Ist das dunkel. Was mache ich denn jetzt? Noe. Was tue ich denn jetzt? Also Wasser ist ja kein Problem. Aber ich brauche Essen. Okay, warte mal. Angelzeug. 100... Was ist Angelzeug das? Hm. Verdammt, ey. Noch etwa sieben Stunden Dunkelheit übrig. Das finde ich aber nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich haue mich mal nochmal vier Stunden aufs Ohr. Dann müsste es ja vielleicht schon mal ein bisschen heller werden. Würde ich mal so jetzt vermuten. So. Jetzt sind wir wieder bei 100%. Uns ist kalt. Wieso ist es uns kalt? Uns ist richtig heftig kalt. Deswegen ist es aber nicht so geil. Wieso ist es kalt? uno-Nunz. Tue die Tatjana. Ich meine, du kannst mir nicht so geil. Und wenn du das mal aufn antechst. Tue. Ich bin unruh. Und ich bin unruh. Minus 31 Grad. Holy shit, ey. Komm, 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 mach Feuer, Freund. Mach Feuer. Wir machen uns jetzt hier ein schönes Feuer und gleich lieber mit dem Hackeball unsere Bude auseinander. Dann haben wir auch wieder schön viel Holz, okay? Okay, ne? Sounds like a plan. Das Problem ist, ich brauche ja auch Zeitungen zum Scheiß. Oh shit, ey. Kann ich nicht irgendwelche Sträucher hier nehmen als Anzünder? Ich meine, es gibt doch andere Anzünder außer Zeitungen. Zum Beispiel Stöcker oder so. Das geht doch besser quasi. Komm schon, komm schon. Ja, ho, 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 ho. Huh, okay. 50% gefroren? Nein. Nix da. Sehr gut. Eisloch frei, okay. Dann fischen wir mal eine Stunde. Oh, okay. Okay. Ich fische schon mal noch eine Stunde. Sehr gut. Und rennen. 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 Super. Okay. Ja, komm. Schublade. Aha. Schön, dass ich diese Schublade jetzt auch mal gefunden habe. Okay, wir haben ein Zünderproblem, Freunde. Wir haben ein Zünderproblem. Das ist unser letztes Zeitungspapier. Ich kann doch bestimmt auch daraus einen Stöcker sammeln und so, oder? Komm schon 60%. Wenn das nicht geht, bin ich jetzt natürlich hauermäßig am Arsch. Jawohl, so sieht es nämlich aus. Dann brutzeln wir uns doch mal unser geiles Frühstück. Zerlegt, Lampenmüll. Wieso wurde mein Lampenmüll gerade zerlegt? Okay. Ähm. Okay. 30 minuten hält das feuer noch, können wir das wasser alles kochen, dann machen wir mal sicheres wasser, sehr gut und dann würde ich mal sagen ein liter unsicheres geht noch ok so wenn ich jetzt zum beispiel dieses regal hier zerlegen möchte ausbeute sechsmal altholz dann kriege ich aber keinen zünder ich muss mal austesten mit nichts ich teste es mal gerade altholz ok und das ist ja jetzt nicht etwas was ich hierfür verwenden kann erfolgschance 40% achso mit zünder erhöht sich nur die erfolgschance ok verstehe es sind aber trotzdem nichts an meinem beschissenen problem dass ich hier mal irgendwas finden muss vielleicht sollte ich mir mal die die boote hier angucken was was war das ach Leute da liegt ein fucking messer das habe ich ja gar nicht gesehen da ist noch was jawohl ein frischer müsli riegel leute der tag ist gerettet ein frischer müsli riegel na wenn dat mal nix ist ey dann weiß ich aber auch nicht mehr ist mir schon wieder so megamäßig kalt ey ich krieg hier schon wieder das kotzen ey ich muss aber auch was riskieren oh ähm das wollte ich nicht was ok ich habe gerade irgendwas pflanzenartiges auseinander genommen na komm und eins und zwei und drei ja ich weiß mein freund ich weiß jetzt gucken wir mal hier über den hügel drüber was sehen wir denn da so wir kommen von da wo kann es sein dass ich eine richtige scheiß gegend erwischt habe risiko einer unterkühlung ja danke da unten ist hier irgendwas wir gehen da runter ok ok ähm 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 scheiße oh nein 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 oh alter ich wäre fast nicht mehr hochgekommen scheiße ich sehe da unten dass da irgendetwas ist aber ich komme da nicht hin so eine verfickte scheiße nochmal komm schon ok dir ist kalt das 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 kann ich verstehen ok da unten ist was da unten ist definitiv was ok aber da kommen wir von dieser seite aus nicht hin Moment wir haben doch das kletter sein oder shit ey ich hab keinen plan wie das funktioniert ich hätte echt erst auf einer einfachen karte starten sollen das ist ja gar nichts das problem ist dadurch dass es hier so comic haft aussieht übersehe ich auch total viele sachen weil ich weil ich mit der mit der grafik gar nicht so wirklich zurechtkomme sage ich mal also ich erkenne sachen gar nicht als okay die sind jetzt quasi da wenn ihr versteht was ich meine also zum beispiel das das jagdmesser habe ich nicht gesehen wegen dieser komikhaften grafik das ist quasi mit dem mit dem hintergrund verschwommen verschwommen sage ich mal ich habe irgendwie das gefühl dass ich hier wieder ins endlose nichts laufe und mir das gar nichts bringt komm schon spiel belohne mich als spieler ich will hier was geiles finden ja 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 gebilde gehen was ich eben gesehen habe ich hoffe dass mich dort ein bisschen aufwärmen kann weil sonst bin ich hammerhart am sack also ich bin sowieso hammerhart am sack aber ihr wisst was ich meine hier liegt jemand eine krähenfeder ein rucksack der rucksack ist leer wollte mich verarschen noch eine krähenfeder ein weil ein wollschal als tat gleich mal anziehen das ist noch so eine krähenfeder okay danke mein freund ich werde deine hilfe zu schätzen wissen okay man kann ja auch stöcke aufsammeln ich muss mir jetzt ein bisschen allen sonst 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 verrächt ich gleich hammermäßig deswegen sprinte ich jetzt jetzt